Ich mal wieder Frau Ruhlmann von der Firma Rackl & Neumarkt. Wer sie noch nicht kennt, die Lebkuchenglocke, ich habe sie hier, zwar in der Größe 5, also ich mache immer die kleineren für die Plätzchenteller, da sieht das ganz toll aus, und das sind die hier, das ist diese Lebkuchenglocke 5, und da gibt es auch diese O-Platten mit 5 Zentimeter Durchmesser, man kann da auch Makronen natürlich alles mögliche mitmachen, und es geht so schnell, innerhalb von ein paar Minuten ist so ein Blech fertig mit 25 Stück, das erste Blech habe ich schon im Backofen, ja und so geht es jetzt weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Weihnachtsbäckerei und wenn ihr die Glocke haben wollt, die findet ihr bei uns bei Rackl am Rathaus in Neumarkt.